Ja, genug gesammelt haben wir auch. Bin ich gespannt, was wir draus machen. Während wir uns da noch ein bisschen von der Sonne brutzeln lassen, gibt es für Sie gleich einmal den ersten Gang kulinarischer Inspiration. Wenn es draußen heiß ist, dann liegt einem deftiges Essen oft sehr lange und schwer im Magen. Auf diese sommerlichen Temperaturen reagieren die acht Genusswirte in Augendorf deshalb mit leichter Kost. Auf den Teller kommt da zum Beispiel ein Beef Tatar vom heimischen Ochsen oder eine konfierte Lachsforelle. Und dazu passend gibt es natürlich ein speziell dafür gebrautes Genussbier. Beim Gastagwirt in Augendorf leben die Ochsen auf der Weide und die Hühner scharen im Gras. Der Gastagwirt ist einer der acht Eugendorfer Genusswirte. Regional und bio. Den Tieren soll es gut gehen. 2015 wurde der Stall neu gebaut. 700 Jahre gibt es den Groshof bereits. Vor zehn Jahren ist ungefähr der Gedankensprung gekommen, ob wir von der Milchwirtschaft weggehen sollen und uns auf etwas anderes spezialisieren. Und da ist eben dann das gewachsen, dass wir auf einem Mast umsteigen, dass wir die Produkte einfach viel besser im Wirtshaus auch vermarkten können. Dann sind wir halt auf die Suche gegangen, welche Rassen das wirklich gibt, die was dann auch zu dem Konzept passen, das was wir wollen. An die 600 Hühner legen Eier für den Verkauf und das Gasthaus. Auf der Weide stehen 36 Pinzgauer Ochsen. Ein fester Bestandteil auf der Speisekarte, Beef Tata mit Rucola-Salat. Und das bereiten wir den Lea Sommerer und Küchenchef Raphael Hacker frisch zu. Das Fleisch stammt aus der eigenen Landwirtschaft. Also wenn man daheim das nachkochen will, dann muss man schauen, dass das alles frische Produkte sind, wo man weiß, wo das Fleisch herkommt und dass das halt einfach eine Top-Qualität ist und regional ist sowieso. Und vor allem, dass das stelle. Zu Beef Tata empfehlen wir Fritz Meislinger und Wirtin Lea Sommerer das Eugendorfer Genussbier. Das passt aber nicht nur zu Rindfleisch, sondern auch als Aperitif oder zu einer konfierten Lachsforelle, gekocht von Michael Oberreiter, Wirt und Küchenchef des Hochwuchs. Dazu braucht es Lachsforellenfilets, verschiedene Öle, Käuter, dünn geschnittenen Fenchel, Himbe-Püree und Himbe-Essig und Brot-Crotons. Jetzt fangen wir gleich an mit der Lachsforelle. Da brauchen wir jetzt Olivenöl, dann haben wir da ein Orangenöl und ein Chiliöl. Dazu kommen Käuter wie Rosmarin, Thymian und Basilikum. Anschließend erhitzt Michael Oberreiter das Ölkräuter-Gemisch langsam auf rund 50 bis 60 Grad. Bildet das Öl um die Kräuter kleine Blasen, hat es die richtige Temperatur. Der Küchenchef nimmt die Pfanne von der Herdplatte. Und dann kann man schon die Lachsforelle mit der Hautseite nach unten in das nicht zu heiße Öl einlegen. Nach ein bis zwei Minuten wendet der Koch die Filetstücke. Als Beilage gibt es in der Sommerzeit Fenchelsalat mit Himbeerdressing. Da leihen wir jetzt das Himbeer-Püree drauf, dann ein Himbeer-Essig. Besonders dünn werden die Fenchelstreifen, wenn sie mit der Brotmaschine aufgeschnitten werden. In Zitronenwasser eingelegt, bleiben sie knackig. Von der konfierten Lachsforelle, von dem Öl, leihen wir da auch noch ein bisschen was dazu. Mit Salz und Pfeffer würzen und gut verrühren. Anschließend die Lachsforelle aus der Pfanne geben und ebenfalls salzen. Dann wird angerichtet. Dieses Gericht ist wandelbar, je nach Saison. Man kann das auf einen Spargelsalat oder gebratenen Spargel servieren. Demnächst kommen dann die Schwammerl. Da ist es möglich auf sortierte Schwammerl. Wenn man es als Hauptgericht macht, gibt man einfach ein paar Kartoffeln dazu. Und einen Sauerrahmen, wenn man will. Im Herbst kann man das auch ohne weiteres mit einem Kürbis kombinieren. Also das ist da sehr flexibel einsetzbar nach Lust und Laune und Geschmack. Als Dekoration verwenden der Küchenchef Michael Oberreiter Fenchelgrün, Brotcroutons und Himbeeren. Als letzten Schritt verfeinert er die konfierte Lachsforelle mit der Himbeermarinade. Und fertig ist das Gericht. Bereit, um den Gästen serviert zu werden. Ein Genuss im Gasthaus oder einfach zum Nachkochen.